absolviert hat hier bei der Süddeutschen Meisterschaft in der Europahalle die acht Sekunden unterboten. Im vierten Rennen zum vierten Mal unter der WM-Norm. Nadine Hildebrandt auf der Bahn. Fünfter neben Kelly Wills. Das ist natürlich eine tolle Herausforderung für Nadine Hildebrandt. Kelly Wills ist noch vorne. Nadine Hildebrandt ist ganz stark unterwegs. Herrschaft ist die gut. 7,91 für Nadine Hildebrandt. Das ist Wahnsinn. Das ist Weltjahresbestleistung und das ist eine sensationelle Zeit. Super, super in Form. Nadine Hildebrandt. Das war ja nicht knapp, das ist eine Weltjahresbestleistung, die sich hier aufstellt. Das war nicht eng, das war deutlich, das war klar. Vom Start weg vielleicht an der ersten Hürde noch nicht, aber dann. Jetzt kommt die Phase in der Nadine Hildebrandt. Die Konkurrenz hinter sich lässt und vor allem nach der letzten Hürde bis ins Ziel nochmal was zugelegt. Ganz starke Leistung. Weltjahresbestleistung. Die Hilde ist dato Kendra Harrison übrigens mit 7,96 und nun Nadine Hildebrandt.